Hey Leute, es gab schon wieder einen brutalen Messerangriff. Warum hat Nancy Faeser die Messer noch nicht verboten? Dann hätten wir das sicherlich verhindern können. Wären die Messer verboten wurden, hätte dieser Attentäter sicherlich auch kein Messer mitgenommen. Und er hätte die Leute nur mit Feuchten angreifen können. Das wäre bei Weitem nicht so schlimm geworden. Ja, ich weiß gar nicht, inwieweit das Messerverbot jetzt noch weitergelaufen ist. Meine Meinung zum Messerverbot habe ich ja in einem meiner letzten Videos schon gesagt. Vielleicht hätte man ja auch im Vorfeld schon alle Rechten verbieten oder besser einsperren. Ach nee, scheiße. Wahrscheinlich war das gar kein Nazi, der das Tat begangen hat. Zeugen sprechen von einem arabisch aussehenden Mann. Inwieweit das stimmt, wurde allerdings nirgends bestätigt. Nachdem es ja schon des Längeren auf den Weihnachtsmärkten viele Polizisten und Absperrung geben muss, kommen nun auch die Sommer- bzw. Stadtfeste hinzu. In Solingen, das ja hauptsächlich für seine Messer bekannt ist, gab es ein Messerattentat. Was für eine Ironie. Und das auf einem Fest, das unter dem Motto Festival der Vielfalt angesagt wurde. Und dann kommt so ein besonders vielfältiger und bringt sein Messer mit. Naja, ich muss mich wieder berichtigen. Dieser vielfältige Schlag Menschen hat ja meistens immer schon ein schnell zu händelndes Messer dabei. Egal wo der hingeht. Was ist passiert? In Solingen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Und acht Menschen wurden verletzt und schweben zum Teil noch in Lebensgefahr. Das geschah auf einem gut besuchten Marktplatz, auf dem eine Bühne aufgebaut wurde. Der Täter hat gezielt auf den Hals der Opfer eingestochen. Es gibt noch keine genaue Täterbeschreibung. Die Polizei fahndet aber schon nach ihm. Und das im In dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Wie das Frank-Walter Steinmauer so nett sagte. Mittlerweile gibt es auch in meiner Heimatstadt Orte, von denen ich mich möglichst fernhalte. Beziehungsweise nur ganz schnell, ohne nach rechts und links zu gucken, durchlaufe. Auch habe ich inzwischen schon einige Male die Straßenseite gewechselt, wenn mir ein paar mutmaßliche Messerdabeihaber entgegenkamen. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass das in meiner Heimat so weit kommt. Und wo ich jetzt soweit fertig war mit dem Video aufnehmen, habe ich noch erfahren bzw. gelesen, Bekennerschreiben aufgetaucht. Da habe ich jetzt schon mal gesucht. Moment, hole ich meinen Browser. Islamischer Staat reklamiert Anschlag für sich. Der Islamische Staat hat erklärt, für den Messerangriff in Solingen verantwortlich zu sein. Demnach soll es sich um einen Racheakt für Muslime in Palästina und überall handeln. Die Polizei nahm in einer Flüchtlingsunterkunft in Solingen einen Mann fest. Ja, die Schlagzeile sagt eigentlich schon alles. Was genau ist, weiß man nicht. Und es wäre auch das erste Mal, dass der Islamische Staat sich offiziell für einen Anschlag bekennt. Und den Mann hatten sie meines Erachtens, wenn ich das jetzt richtig lese, wenn es nie noch eine andere Meldung ist, auch schon wieder freigelassen, weil der war es nicht. Na gut, soweit erst mal dazu. Und Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020